hey leute und willkommen zu einem weiteren dragonball legends video heute natürlich wieder mit dem großen großen update leute das ist echt ein riesen update es ist mittwoch es ist update tag und ich denke mir what the fuck geht hier ab wir haben nämlich nicht nur mittwoch sondern auch einen neuen monat wir sind im september der sommer geht zu ende leute der sommer geht zu ende what the fuck es gibt echt viel neues nicht nur neue events sondern auch ihr seht es auf den ersten blick sehr viel gohan warum so viel gohan gucken wir rein es gibt auch sehr viel sell und so weiter und so weiter es ist krass es ist wirklich krass und man merkt bei diesem update wir haben ja vor nicht so langer zeit einen fragebogen ausgefüllt und in diesem fragebogen haben anscheinend viele leute angegeben dass das ultra dimensions wasche event nicht so lustig ist stimme ich zu ist nicht spannend gewesen dass am wochenende anscheinend wenig leute spielen haben sie auch zu herzen genommen und vieles vieles mehr wir gucken wir rein natürlich gibt es ja die neuen monatlichen missionen könnte ja ganz normal die ganzen sachen erfahren man dann haben wir die nächste woche mit tomaten sammeln ja leute ihr müsst schon wieder eure tomaten sammeln es ist schon wieder soweit aber das ganze geht ja vier wochen wissen wir ja schon also keine überraschung dass wir weiterhin tomaten sammeln es bleibt einfach alles gleich wie letzte woche wieder bei sell und bei dr gero eure abenteuer farmen bzw in multiplayer und damit eure tomaten sammeln ganz einfach das ist jetzt nichts neues dann haben wir jetzt aber das ist was neues und zwar legends weekend die nur am wochenende verfügbaren beschwörungstickets und noch vieles mehr kommt am wochenende speziell login bonus und so weiter und so weiter damit wir mehr am wochenende spielen ok also wir kennen ja den ganz normalen schönes wochenende banner wo ich nicht mehr ziehe weil ich ziehe so wenig sparking und jedes mal 100 zeitkristalle dass das nervt auf dauer aber wir gehen stückchen runter hier und zwar es wird jetzt anscheinend jedes wochenende ein ticket geben wo wir eine garantiertes parking bekommen wie geil ist das denn bitte zeig es mal kurz ein stück runter noch verpasst nicht dieses einmal pro woche verfügbare besondere ticket das ist halt echt geil leute und ein schönes wochenende login bonus also bekommt das ticket wo eine garantiertes parker bekommt wahrscheinlich jetzt jedes wochenende und diese w münzen also für wochenend münzen die bekommt ihr auch die kann man eintauschen der tauschbörse gegen platzentferner gegen 10k seelen und aufsteigende seelen schon mal ziemlich geil dann noch super wählbare login bonus am wochenende ist jetzt 10 zeitkristalle weiterhin oder auch tickets für 30 prozent haben sparking auf masterpack 1 2 3 und so weiter also auch das man merkt schon sie wollen auf jeden fall dass wir am wochenende mehr spielen also haben die meisten angegeben im fragebogen dass sie am wochenende relativ wenig legends spielen und so haben sie jetzt so ein bisschen so eine kleine motivation ein bisschen rein zu gehen eben wegen dem neuen ticket wegen den münzen und wegen dem vor allem in dem gratis sparking das ist schon geil das finde ich ganz geil die seltspiele kehren zurück und da könnte man kann man jetzt bis sel 100 kämpfen ist schon ganz geil also der schwere modus ist nun da das sind die charaktere die besonders stark sind und das ist auch eine ganz cooles dach also könnt wieder hart rein fighten in den seltspielen und weil das nicht reicht geht es noch weiter mit verschwindet mitsamt der erde einem neuen sell event wo wir insgesamt 1000 kostenlose zeitkristalle bekommen das ganze wird wieder aufgeteilt so heute könnt ihr bis rang 30 spielen bis platz 30 danach ist es ja am vierten neunten fünften neunten und am sechsten neunten dann alle eure tausend zeitkristalle wenn ihr das event schafft besonders stark sehen die zwei wir hier sehen können die zwei neuen und man bekommt wieder geilen scheiß also das lohnt sich halt auch zu spielen immer mal so nebenbei finde ich auch ganz cool also wir haben einen großen großen fokus diese woche auf perfect form cell und auf song gohan warum das sehen wir auch noch nämlich hier beim nächsten senkai erweckung für perfect form cell ist da für den alten roten cell gibt es noch eine senkai erweckung die man dann ziehen kann wenn man sieben sterne hat könnt ihr euch dann wieder in der beschwörung mit zeitkristallen euch die senkai sehen und ihn erwecken bin ich kein fan von aber bei gohan sieht ziemlich anders aus dann haben wir noch shop angebote da kommt man gleich rein den habe ich schon gekauft den roboter den finde ich ziemlich geil der zeitkristall abbau roboter der neue der kostet zwar es kostet 17 euro oder so er bekommt 2500 zeitkristalle ist ziemlich geil habe ich schon aktiviert dann haben sie das ultra dimensions was event wie gesagt erneuert was ich halt hart feier dann guckt euch mal an zuerst war es so rush 1 10 kämpfe was 2 10 kämpfe 3 4 5 immer 10 kämpfe jetzt ist bei rush 1 nur noch ein kampf weil es der leichteste ist bei rush 2 3 kämpfe bei 3 5 bei 4 7 und bei 15 finde ich richtig geile erneuerung weil jetzt mal ernsthaft warum soll man insgesamt 50 kämpfe machen wovon 40 im auto play locker möglich sind gefühlt und jetzt das ganze runter zu schrauben geil finde ich richtig geil punkt aus ende eure meinung dazu gerne in die kommentare plus dazu gibt es jetzt die möglichkeit eure rush medaillen wo viele leute von euch sehr viele rumliegen haben und ich wissen was damit zu tun die können nun eintauschen gegen für die zehn kai erweckung von super sergeant 2 legends limited son gohan aber um diesen boy sind kein zu erwecken brauchst du sieben sterne sieben sterne leute ist eine ansage und das ist ein bisschen schwierig aber aber es gibt nun die möglichkeit in einen neuen banner hinzuziehen ein neuer step up banner schon wieder und zwar habt ihr hier wie ihr seht eine erhöhte chance auf eine legends limited von stufe 1 bis 3 0,5 prozent chance ist natürlich mehr klein aber ist auch eine legends limited und bei stufe 4 statt einer fünfprozentigen siebenprozentige das ist schon geil das ist schon geil leute ne also da kann sich lohnen diesen mini step up durchzuziehen ihr seht ihr kostet auch nur 1900 das kennen wir schon von anderen step up bannern die wir gezogen haben ich finde diese mini step up bannern ziemlich geil muss ich ehrlich sagen weil sonst für 1900 zeitkristalle hast du meistens nicht so geilen scheiß bekommen und gohan ist halt drin wie gesagt aber auch andere wie gotenks wie trunks hier also alles für die halb seien und son goku deswegen auch super seien vier also für die son goku familie ja nochmal son gohan also ist schon richtig geiler scheiß drin kann sich schon lohnen diese mini step ups mal durchzuziehen wenn man ihn umblick auf sieben sterne haben will und ja natürlich kann man ihn auch jetzt in kai erwecken ist klar durch die rush medaillen oder halt durch die shop angebote und es ist schon geiles es ist ein geiles update sind wir ehrlich wir gucken uns mal kurz in den shop ich habe mir die angebote noch gar nicht so angesehen da gehen wir jetzt mal rein wenn es lädt okay wir haben hier für 9 euro wieder 1000 zeitkristalle das kann man zweimal kaufen perfekt werde ich dann gleich machen das ist auf jeden fall nice was gibt es noch der rest sieht nicht so geil aus muss ich sagen ne leute rest haut mich jetzt nicht wirklich um muss ich ehrlich sein hauptmenü aber die zwei mal 9 euro 1000 zeitkristalle die finde ich geil die weil ich mir auf jeden fall holen das ist das billigste angebot was es gibt abgesehen natürlich von den zeitkristall abbau robotern die ich immer laufen habe hier unten seht ihr 9 der läuft 14 tage für 2500 zeitkristalle und der obere läuft 30 tage für ich habe vergessen wie viele aber diese zeitkristall abbau roboter sind immer das günstigste im spiel wenn man was ausgeben will um an zeitkristalle zu kommen aber es dauert halt das ist halt der nachteil von diesen robotern du bekommst es nicht auf einen schlag die zeitkristalle sondern über die tage halt über wochen ist natürlich geschmackssache und auch je nachdem wie schnell man die zeitkristalle braucht aber was ich noch zeigen wollte auch unbedingt heute genau heute ist mein zwei amen 850 star login bonus tag btf 850 tage lang spiele ich jetzt dragon ball legends geil 850 tage unbedingt zeigen dafür bekommt man 100 zeitkristalle nehme ich nehme ich sehr gerne nehme ich sehr gerne 100 zeitkristalle dann haben jetzt ganz viele neue missionen wie gesagt natürlich beim verschwinden von dieser erde einfach bis rang 50 kämpfen kriegst du hast die zeitkristalle dann im cell event ist wieder schwere modus jetzt da da kann man auch dadurch zocken und sich noch welche holen die monatlichen missionen sind da und vieles mehr finde ich aber auch ganz geil dass jetzt beim also ich bin mir nicht sicher ob das neu ist aber für mich auf jeden fall der schwere modus hier der ist bei mir neu ich bin mir nicht sicher ob ich es damals nicht gespielt habe oder ob das für alle jetzt neu ist so oder so leute spielt diesel spiele auf jeden fall durch holt euch die geilen belohnungen dann hier der ultradimension zu wasch wie gesagt wurde komplett überarbeitet und ihr seht es zum beispiel und unten hier bei rush nummer eins ganz unten da ist nur ein kampf da ist mich jetzt schon der letzte boss und ich habe noch nichts gespielt das finde ich einfach geil das finde ich einfach geil und jetzt wird der rush auch viel mehr spaß machen dann schlangenpfad nicht vergessen schlangenpfad ist seit zwei tagen jetzt glaube ich da spielt den schlangenpfad leute jeden tag ganz 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 wichtig der ist auch neu schon vor dem update und hier oben verschwindet mitsamt der erde wie gesagt hier müsst ihr zocken bis stufe 50 ab 6 9 dann und ja ich finde wirklich geiles update oder beschwörung wie gesagt ist jetzt der neue banner daher dieser mini step up banner und wenn man halt auch so gohan auf sieben sterne hat kann man auch hier ziehen aber macht lieber die ultradimension srush und zieht nicht hier mit eure zeitkristallen beim gohan das ganze geht natürlich auch für hier für sell wenn auf sieben sterne den sell habt könnt ihr hier ziehen für die seelen für sell und dann könnt ihr in zinkai erwecken bin ich aber kein fan von weil wie gesagt du musst hier echte zeitkristalle benutzen ist nicht so geil da finde ich das mit gohan mit der oder dimension srush event viel viel besser und das halt nur eine alternative finde ich eine gute sache aber ja der mini banner hier kann sich schon lohnen weil wie gesagt es sind nur vier steps und für 1900 einmal durchziehen vielleicht einen gohan bekommen kann ganz geil sein ist aber euch überlassen da will ich euch jetzt nicht irgendwie rein quatschen oder so dass ich da ich würde auch jetzt nicht verleiten eure zeitkristalle auszugeben behaltet sie auch gerne ihr wisst es kommt nämlich auch bald ich denke mal in ein zwei wochen kommt ja auch trunks und son goten mit super saiyajin verwandlung im kampf die werden auch ziemlich cool und ja wir werden auf jeden fall noch wahrscheinlich diese woche noch mal versuchen in einem youtube live stream diesen margin vegeta und sell zu ziehen gemeinsam mit diana hoffentlich kann sie mir glück bringen so wie letztens im dokan battle opening zum dokan festival zur download celebration schaut da gerne rein und vielleicht gefällt euch da auch der live stream leute das war's im großen und ganzen es ist ein geiles update wir haben viel neues viel spannendes weil neue dimension schwarz neues wochenende ist besser wir haben neuen banner wir haben 12 kaya weckungen und so weiter also zu tun ist auf jeden fall genug ich wünsche euch viel spaß mit den ganzen events meinungen zum update in die kommentare abonnieren um nichts zu verpassen heute viel spaß haut rein und viel spaß mit mir ist auf der endcard lecker aus www.signal.com und im wird wir wir vård